Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf der NF-Marsch Leute, ähm, immer ist ein bisschen Jo, äh Ich habe die Soundkulisse ein bisschen eingestellt, finde ich diese Sitzung ein bisschen besser Man weiß es nicht Jetzt lasse ich einfach mal so hingehen Ich muss jetzt kurz eine Fuche holen Ja, Leute, das ist viel zu wild Okay Ein bisschen besser, meines Erachtens Ist es gekommen Meines Erachtens, Leute Ich modeling gut das Okay, samen Was ist das lawn? In dieser AID Wenn das ist, wie soll ich eine fliege Die Hatens Ja, es geht Ich seh das In dieser A 세상 In dieser A ki时 Und das ist Die Miserung. tschuldigung bin ans mikro angekommen leute ich wollte euch nun mal schon sagen ich weiß es hört sich jetzt hart an aber ihr werdet es natürlich in einem anderen video natürlich besser sehen hören weil ich plane ein ersatz das geht ein bisschen noch kann ich schon mal sagen das ist noch ein bisschen zeit dauert das ist noch ein bisschen zeit dauert ist safe aber ich kann es euch schon mal ermitteln die hofpack man wird auf eis gesetzt die hofpack man wird auf eis gesetzt leute ich weiß für einige wie sie sich so so schön sein für einige egal aber für die drei tage suche ich noch ersatz weil die es gibt noch was in den nächsten tagen wo noch kommt aber ich will noch nicht so viel versprechen vielleicht kommt es vielleicht kommt es auch nicht deshalb werde ich da noch gucken ob es dann wirklich kommt wenn es kommt dann vielleicht muss ich noch mal im plan schmieden wieder wie das besser wird aber wie schon sagt das noch nichts sei gar nichts jetzt fahr ich den kurs schon zum dritten mal ein leider was das wohl war was das wohl war ich will sagen es wird das nächste folgende zu 99 prozent also kann man schon sagen zu 100 prozent ls projekt werden damit ist mir aber noch sachen offen es wird kein rp projekt mehr weil leute ich muss ganz ehrlich sagen tschüss ist das viele arbeit im simi player in rp projekt zu leiten und dennoch mit denen mit den tieren fast unmöglich deshalb leute und dann wo 50 So eine 50 60 sache So jetzt mal gucken So jetzt bitte auch kann doch nicht wahr sein das machte jetzt das das habe ich immer die falsche einstellung warte ihr werdet live zeugen würde es wäre natürlich bombenhaft was machst denn du auch kommt doch stell dich doch nicht so böse an ja 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 ich glaube was machst du ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab dich ja lieb. Aber komm. Mach die Kacke selbst, Junge. Oh. Und hol beim nächsten Mal ein bisschen mehr aus hier. Das geht ja gar nicht, Alter. Nee. Jetzt sind wir wieder zurück, Alter. Okay. Komm. Das gehört zu uns halt. Dann muss ich da ein bisschen schöner machen. So. 14,8 Meter. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ähm. Wo ist denn jetzt? Hä? Warum steht der nicht hinten, Junge? Ja. 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 Ich hab dir gedacht, beim Feld 50. Nee. Machen wir nicht. Machen wir hier mal kurz hier. Ja. 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 Vanille. Ja. Ich hab dir Dreck hier. É. Mh. 11 Dir. Produktion. Ver isst du gerade analytic screwed der. und ich habe den einen ab und ab 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 das müssen wir noch mal lernen jetzt gibt es gut zwei fuhren noch ja man, komm, man, jene gleich den hier nehmen ach komm, wir gehen alter was machst denn du nur der hat sicherlich einen versatzte 100% ja man, ja man, ja Was ist das? Das war jetzt meine Schule. Reicht. Reicht noch nicht. Müssen wir 2,50 Meter. Reicht noch nicht. Was machst du schon wieder? Junge. Willst du mich verzeppeln, Alter? Die sollte man wirklich aufhängen, Alter. Scheiß Abfahrer. Komm. Hier, du Idiot. Du bist ja gleich schon wieder... Und das war's, Leute, mit dem Super Abfahrer. So. Jetzt. Junge. Weil der nicht leer ist. Jetzt umkehrt der nicht ab, weil der nicht leer ist. Jetzt weint der auch noch darum. Ich glaub, die Pfeife brennt, Junge. Ich glaub, mein Schwein pfeift, Junge. Jetzt hab ich mal zweieinhalb Meter. Jetzt ist die Frage. Hab ich die falsche Seite? Oder hab ich die richtige Seite? Das ist jetzt die Frage, die große. So. Und jetzt. Moment. Jetzt kannst du los. 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 Auf gut. Los geht's los. Junge. Junge. Jorge. Du, jetzt hast Du keinen schwer mehr. Also, wir kennen nichts. Jetzt können wir. zweite abfrage gebraucht aber jetzt wenn es ja schon unten und klärt da die eine fuhrerein werden wir auf jeden fall ich würde mal sagen wenn es euch gefallen hat das leck nicht vergessen ab und da lassen und beim nächsten mal vorbeischauen was läuft doch gerade so perfekt oder ja ihr wisst ja immer das bleibt die nf marsch bleibt dienstag donnerstag samstag sonntag da bleibt immer da reinschauen die hofbergmann wie schon gesagt die ist im moment abgesetzt ich werde mich rumsuchen nach also ich habe schon neues projekt sozusagen im gange aber ich möchte nicht zu viel spoiler das wird auch kein real projekt mal gut rum weil ich mir die zeit nicht nehmen will für ein real projekt und somit hat es dass ich erledigt würde ich würde sagen wenn sie gefahren hat das lege nicht vergessen da wurde da lassen oder unbedingt beim nächsten mal vorbei schon und ja bis zum nächsten mal tschüss und tschüss